Neues Spiel, neues Glück. Diesmal zweier Teams. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Ähm, Bender und ich gegen Zitronius und Dragl. Mal schauen. Oh Gott, was? Schauen wir mal. Ähm, ähm, Bender, wo gehen wir denn raus? Das ist doch scheiße. Ja, ja. Wir müssen das anders machen. Ja, geh mal fahren. Gute Idee. Okay. Ey, nicht verraten. Ja, okay, wir gehen jetzt woanders hin. Das ist, ich seh da so technische Probleme bei diesem Konzept hier grad. Zu spät, Peter. Ich seh da jetzt konzepttechnische Probleme beim Konzept. Alles was? Hier. Zwei Teams in einem Voice-Chat ist irgendwie schwierig, find ich. Aber egal, das lassen wir jetzt so. Dann hat's irgendwie noch einen größeren Unterhaltungswert, find ich. Äh, ich hör den Zitronis gar nicht. Ich sag auch grad. Ja, das hat sein Mikro ausgeschaltet. Nein, nein, alles stimmt. Seine Frau steht am Kabel vom Mikro und steckt ihn hin und wieder rein und raus. Das ist total ungewohnt. Wenn man gegen ein Team spielt und das kann einen hören und so. Das ist brutal. Ja, genau. Da ist Funkstille echt das einzig Wahre. Das Schlimmste ist immer noch Solo. Ja, ja, das ist echt so. Das ist, man spielt im Team aber man kann nix callen. Mhm. Okay. Ja, deshalb hab ich's hier. Mal kurz hier. Mal kurz hier. Seht ihr ja ewig. Alles guck mal rechts. Äh, links. Ja, ja, okay. Kannst du's? Kannst du's auf? Ja, ja. Warte mal. Irgendwie geht's, glaub ich. Ne, ich kann's nicht. Was? Ja, bei mir nicht. Bei mir nicht. Oder F5. Geht auf. F3. 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 Geht auf. Ja, ich, aber nur wenn du normales Keyboard hast mit mir bei mir. So. Warm. Ja, wird sein gar nix mehr. Ey, wir können auch hin zwei getrennte Discords, vielleicht ist es besser. Aber lass es mal so ausprobieren. Das ist einfach egal. Das ist echt nicht. Das ist das jetzt muss ich. Also. Ja, wir testen jetzt mal so, wie schlecht es ist und dann geht's weiter. Ich hab diesen Rest, ich hab nicht gesehen, wie du die Prodi so gut passt. Ist das so lustig? Ich hab einfach nur Glück gehabt, dass ich ihn gehört hab. Ich hab einfach nur Glück gehabt, dass ich ihn gehört hab. Ja, aber Glück nie verstand. Ich weiß. Mehr Glück als Verstand. Und das, also ich hab einfach Glück, dass du zu dem Zeitpunkt kurz nichts gesagt hast. Ich hab Glück als verstanden. Oh Gott. So. Ja. leute zum glück ist mir das nicht passiert jetzt habe ich ihn tagesmissionen tagesmissionen reval one teammate erledigt ja deswegen stimmt nicht plastik sprengstoff ist gut nimmt mit aber sagt den anderen nichts sogar noch ein zweites also rest ich glaube ich habe hier jackpot gezogen die drohne ist wir schnappen unser kleid und stürzen uns auf sie ja wenn ihr wüsstet wo wir sind das ja hilfreich aber ja du weißt nicht wie ich fliege ich bin wirklich sicher wir haben hier ein gleiter direkt vor der nase also wenn ich versuchen wollte gerne ja verkacken im notfall ich habe ja noch eine panzer raus der fragen war nämlich bei den luftlandetruppen weiß ich habe meine grundausrüstung frage ich glaube ich noch nicht das super weil die plüsch ist ja viel spaß ja dann schauen wir mal weg oder ja ok ich komme das auto wenn das sollten auch mal schauen dass wir ein fahrzeug sehr gut ein 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 Auf Wiedersehen. Ich bin unglaublich unglücklich gerade mit meinem Loot, aber wirklich, also es ist wirklich nicht gut, was hier da, was ich bisher habe. Willst du? Ne, ach, jetzt habe ich gerade meinen Lifesaver gefunden. Jetzt bin ich glücklich. Ich habe was gefunden. Bisschen Zeit habt, willkommen. Ja, wir haben ja noch vier Minuten. Das kann gar nicht sein, weil wir müssen zu euch, glaube ich. Last Timer, check. Wir sind ein bisschen breiter außerhalb der Zone gelandet. Last Timer, check. Wir müssen zu euch. Können wir noch ein bisschen looten? Ja. Ach, da. Bin schon gut ausgeschaut. Ist das jetzt psychologische Kriegsführung, was ich da mache? Ach so. Es ist bayerisch mit drei Connections. Bender, ich habe hier vier 15-fach Scopes gefunden. Nimm mal eins. Was, vier 15-fach? Ja, ja, genau. Was hast du gefunden, vier mal ein 15-fach? Nein, war nur Spaß, weil die uns hier aufziehen mit ihren Achter-Scopes da. Ja. Ich habe nicht mal eins kaum. Ich habe eine Holo. Also Kimme und Korn ist auch nicht so schlecht. Keine Auto. Die Brüder sind wie Brüder, gell? Bender, Vorsicht. Ja. Da steht ja wirklich keine Auto. Doch, da steht eins. Oder? Ich sehe keins, um ehrlich zu sein. Verdammt, wir dürfen laufen. Ich darf schon mal in die Zone. Ja, ja. Vielleicht finde ich eins ganz sicher voll. Vielleicht finde ich die Ducati Parmigiano. Oh, die Ducati wäre geil. Die Ducati ist cool. Die Ducati ist so geil. Quattro Formaci. Ja. Ja, Formaci kann ich mir selber fahren. Ich darf gerade für den Nachbarn. Oh, Tagelgarüben ist noch ein Jammerpack. Ah ja, okay. Ja, okay. Eine Sache ist immer noch besser als Jammerpack. Emergency Pickup? Na. Dreier Rucksack. Mh, mh. Ne. Ne, ne, ne. Jammerpack ist besser. Du kannst viel taktischer spielen mit Jammerpack, weil du kannst außerhalb der Zone rumlurchen, während die anderen reingepusht werden. Du losst immer außerhalb von der Zone. Klar, natürlich. Ey, ganz ehrlich. Gut gerattet ist halbgewonnen. Ist so in dem Game. Oh, weia. Ich will auch ein Jammerpack immer bevorzugen zum Dreier Rucksack. Ja, genau. Na, ich net, ich net, ich bin net eurer Meinung. Ihr Verräter. So viel Zeug braucht man gar net. Das ist so, ja. Ist nötig so wie ich, wie man 36 Bandagen rumrennt. Ach, das hoffe ich. Ich habe auch viel lieber mehr Bandagen und Verbände dabei. Ja, das ist... Aber das ist bei mir so ein Reflex. Ich nehme das Zeug einfach immer mit. Also, das ist... Ja, Rest läuft immer mit 400 Schuss durch die Gegend. Für ne Scheiß SR. 400 Schuss für die Bolt Action, weißt du? Falls du mal in ein längeres Feuergefecht verfügelt wirst. Genau. Sehe ich auch so, ja. Das läuft ruhig schon mal, wenn ich rumbleibe. Wie sieht's aus? Alles gut? Ja, wir können weiter. Alles klar. Ich geh noch kurz hier ins Haus und dann komm ich. Passt, passt, passt. Alles klar noch? Ja. Gerade? Nein, nein, nein. Gerade. Haha. Jetzt hast du noch die Kaste gefunden. Welche Kaste? Es gab die Nachricht, kurz Nachrichten. Ja, ja. Die habe ich jetzt gefunden. Wolltest du erst mal was senken? Ja, ich... Ja. Hier, guck. Hier, das ist mit meinem Auto passiert. Kannst du den nachher an, wenn die Zone vorbei ist. Ja. Da habe ich irgendein anderes Foto markiert. Sehr gut, sehr gut. Aber welche Zone meinst du jetzt genau? Rote Zone. Du weißt schon, dass es gerade nur eine rote Zone gibt, oder? Oh mein Gott, Leute. Was ist da los, Mann? Was ist da los, Mann? Aber Res, wir können immer noch abhauen. Ach ja, komm. Was soll's? Ist der Ruf erst ruiniert, ey? Ey, Res. Übertreib meine... Ich feier's immer noch abhauen. Ich feier's immer noch abhauen. Du kennst... Der Süden nähert sich, gell? Oh mein Gott, nein. Da ist, Dürre, da ist frei nach der Ruf. Komm, let's go, let's go, let's go. Tut mir leid. Res hier, meine Entschädigung. Kannst du mitnehmen. Oh. Ey, Res? Ja. Ich bin immer noch außerhalb der Zone. Komm, ich rade noch nicht klar auf die Situation. Ähm, komm, lass uns mal hier verkrümeln. Ja. Tschüss, bitte. Oh oh, ich glaub, komm. Okay. Was macht ihr? Was macht ihr? Ich höre da auf. Wir wissen ja, wo ihr seid, ungefähr. Oh mein Gott, Leute. Mein Gott. Die Lunge wahrscheinlich... Äh. Der Süden kommt eh. Ja, für Spaß. Er fahr schon mal rüber. Komm gleich. Ich glaub, es ist besser, wenn du bei mir im Auto... Ähm, egal. Los! Aber wenn der eine rausgenommen wird, kann der andere... Wenn der andere mit der andere fahren. Und fahren. Aber du kannst nicht rausschießen. Kann Patrouille. Ach. Doch. Evolver. Ziehen Fuß. Reichen. Ich glaub, was wir hier machen, ist ein massiv dumm. Aber egal. Fakt ist das, was wir hier machen. Na ja, das ist ein massiv. Aber wie du vielleicht ist heute, das ist heute ... Ja? Ein fucking scale. Echt? Also, im Fall ist ja ... Hatte ich echt lustig, dass ... ... du rumlögerst ... ... ... ... ... ... Da muss ich nicht offen werden. Das fand ich voll lustig. Ich dachte, dass ich auch schon im Visier fuß. Ja, du seid im Visier. Du bist halt verhascht. Da hast du die Markierung gesetzt. Da hast du statt zu schießen. Halt zu schießen. Ich führ da irgendwo schon rein. Ben, komm mal zu meinem Marker, bitte. Da hast du dich doch umentschieden. Ich dachte schon, die sind da. Nope. Ich hab nur an deinem Buchstaben, an deiner Zahl, eine rote Markierung gesehen. Also ich kann nicht sagen, ob sie hier sind. Wir müssen nur weitertragen. Okay. Ah okay, die sind wahrscheinlich. Wahrscheinlich lungern die. Ui! Rest hier für dich. Wenn du willst. I like. Ja. Ich hab auch schon zwei davon. Ich hab auch schon zwei davon. Endlich. Endlich. Falls du noch eins von diesen 15er Scopes findest, dann einfach Bescheid sagen. Ja ja. Ich find das 15er Scope extrem schlecht. Da musst du was drüber zählen. Ja das... 15 geht eigentlich. Vor allem in der 8. Zone. Das ist so effizient. Wenn da vor allem einer vor dir vor dir rausläuft. Rauspintet. Ich mach das meistens immer nur an die Vector. Am besten wenn ein Teammate vor dir steht. Ein Teammate steht vor dir und du denkst dir immer so, woher kommt der jetzt? Was ist das für ein Riese? Aber es ist schon witzig, weil du kannst an die Vector ein Sechserscope machen. Ja. Ich weiß. Sechsern schlägt es dir. Da hast du ne DMR. Und ich hab auch schon Leute im Multiplayer, also bei mir im Team gehabt, die mit dem Sechserscope auf der Vector gesnipet haben. Äh, Reus, redest du grad etwa von mir? Ne, ne. Der ist aber dann direkt gestorben. Also das hat nicht lang gedauert. Ja, weil ich hab einmal mit einem Sechser auf einer Vector, äh, Typen sind angeholt. Weil der Rest so inkompetent war, den Gegner zu sehen. Da läuft einer. Aber das war schon so. Aber es ist noch erste Phase 3, also ist noch in Ordnung. Ach, Reus, wenn du fertig bist, erst nicht die Türen zu machen. Ja, ja, okay. Die Nummer zurück. Bei offenen Türen, das ist ein Anzeichen, damit wir da waren. Ich geh nochmal zurück, ja, ja. Oder da sind's. Es reicht aber nur die Haustür. Zeilen, die kennen jede Tür aus, wenn ich ob die offen oder cool ist. Also ich glaub. Ähm, Ben, dann lass mal, lass mal dahin marschieren, wo ich gemarkiert hab. Marschieren oder laufe? Ja. Das ist aber wahr. Ah. Was meinst du? Nimm mal da oben. Und mal da oben. Ich hab keine Ahnung, was du sprichst, aber ja, let's go. Ich hab ne Mö. Ich hab keine Ahnung. Nimm ne Nahkampfwaffe raus. Ich hab sie irgendwo hinterm Steinlob rumlungern. Wir kommen von oben. Naja, wir sind halt unter der Erde. Wir haben uns unter die Erde geglitscht. Ich hab dir gestern noch so ein Wickel in der Hand. Ich hab dann mal versucht, ein Loch zu machen, aber... Geht nicht, das haben sie wieder deaktiviert. Das haben sie wieder deaktiviert, weil es irgendwelche so massive Bugs gab anscheinend mit dem zerstörbaren Terrain, dass es nicht irgendwie... Spiele sind versunken anscheinend. Zu tiefe Löcher kriegt Grauen, oder? Treibsand mäßig, glaub ich. Das ist jetzt aber ruhig hier. Na? Oh, da seh ich sogar einen von denen. Hm. Ist auch ein bisschen unübersichtlich hier grad. Ja? 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 Wo lungern die denn rum? Kannst du mir mal 50 Siebener Schuss geben, bitte? 50. Wusste ich. Oder irgendwas in der Größenordnung? Das wär schön. Vielen Dank. Ja, hast nur 30 aufgenommen, aber egal. Ich hab die Dings gelootet, die EBR. Ah. Die ist ziemlich gut. Was gibt's denn da? Ganz ehrlich. Wo sind die? Die Lungen wahrscheinlich in so'n Scheiß-Strohballen. Mit den Lungen da am anderen Ende der Karte. In so'n Strohballen. Laufen mit der Zone rein. Komm, Ben, lass uns auch mal... Lass uns Stichwort in die Zone reinlaufen. Reinlaufen. Bist du doch bestimmt jetzt schon im anderen Discord-Channel. Ich weiß es doch. Ne, die sind noch hier drin. Man sieht das schon. Es sei denn, die haben Discord neu gestartet. Und sich hier schon geschaltet. Aber geht nicht. Wird mir angezeigt. Oh, solche Tricks kommt man nicht aus. Ne. Da ist er! Oh nein! Und ich hab... Nein, direkt weg. Okay, mach ich jetzt. Pass auf, hier ist irgendwo noch ein zweiter. Weißt du, was fatal ist? Dass ich... Aufs Extended-Mack um... Ne, egal. Also jetzt machen wir erstmal das hier erledigen. Ich hatte ein Sechsfach. Was für Achtfach! Die hatten nur ne scheiß Sexfach... Was war das eigentlich? Oh! Komm runter, heil. Der muss in die... Shit, shit, shit. Wir müssen... Das quälen wir gar nicht. Ich seh ihn nicht. Komm, komm dahin. Oh, das ist ultra nervig, was hier gerade passiert. Wenn der kommt... Können wir uns irgendwie aufeinander zubewegen? Ja. Warte, 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 warte. Das war an dem er... Ich muss mich kurz bisschen hochheilen. Wenn der Blatt bei mir, sonst können wir uns nicht gegenseitig... Na ja. Warte, 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 warte. Außer Person. Ey, voll. Also Zitrone spielt schon ziemlich Sam Fischer-mäßig, ey. Sehr gut, ja. Das muss man schon sagen. Hey, Ress, komm, lass das ausspielen. Ja, harm. Oh, wie hässlich die letzte Zone ist. Wie hässlich die letzte Zone ist. Ach nee, come on, man. Hopp, let's go. Achso, der könnte hier irgendwo rumlaufen, ey. Ja, davon gehe ich auch. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Alles klar. Der liegt da hinten. Der liegt da. Der ist da hinten. Ist okay, ist okay. Ich hab den gesehen. Der war da hinten. Ja gut, ich mein, wir müssen uns jetzt beide Headshotten eigentlich, ne. Achso, eine Granate. Okay. Wir waren nicht so weit. Okay, die Reaktion, die er grad von sich gegeben hat. Hopp. Er ist hinter dem Ding. Oh mein Gott. Oh shit. Farmers? Farmers? Nee, das ist weg. Er ist hinter dem, äh, BM, BM, whatever. Ey, der hat mir grad zwei richtig gute Granaten hingeschmissen. Oh mein Gott. Ey, wenn Zitronen ist, also, wenn da, no pressure, no pressure. Weißt du, wo er ist? Ja, der ist da hinten, irgendwo bei dir. Der looted wahrscheinlich grad... ...meinen Schnauzbart-Skin. Boah, da musst du mir kommen. Da musst du mir kommen. Wie schön. Er hat ne Farmers. Ich hab keine Farmers. Ich hab ne Vektor. Ja, stimmt, Vektor war's, stimmt. Es hat sich nach Farmers angehört, aber stimmt, es war ne Vektor, ja. Und noch einen ungezügelt Buch Siegeswillen. Einen ungezügelten Siegeswillen. Hat er auch, ja. Er hatte auch relativ viele Granaten, hab ich feststellen müssen. Jetzt leider nicht mehr. Ben, dann lass nix anbrennen, einfach chillen. Ja, du bist... Ja, das passt. Ich hab irgendwie Angst in eins gegen eins. Er ist da. Hast n'n gehört? Ne. Ich tippe mal drauf, dass er an der Crate ist. Da hab ich grad irgendwas rumtapsen gehört. Links, links. Ich hör ja was, links. Links, weiter links. Ja, da. Direkt vor dir muss das sein. Siehst du denn das? Er ist vor dir. Rechts, 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 rechts. Weiter rechts, weiter rechts. Da, direkt vor dir. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Der steht fast auf dir, Mann. Dann. Oh mein Gott. Boah, krass. Wie viel Leben hattest du noch? Was war das? Wie viel Leben hattest du noch? Ich seh's grad nicht. Oh mein Gott. What the hell, man? What the hell? Oh mein Gott. Was war das? Das war einmal Zweiter. Ich glaub, ich hab echt mehr Pech als... Keine Ahnung was. Alter, das Video musst du dir noch mal anschauen. Äh, wirklich. Du konntest ihn... Ich hab's nicht gesehen. Ich muss mal kurz in den Einstellungen gucken, was ich... Ich hab dich nicht gesehen, manchmal nicht gesehen. Als ich zweiter bin stumble, negotiations zwischen mir sein Elements in跟著 struggles Leute beklekt. Vielen Dank.